Was muss ein Typ anziehen, damit er euch daten kann? Ich find's ganz schön, wenn ein Typ altersgerecht angezogen ist. Jetzt nicht so kindisch. Weißes T-Shirt, schwarze Hose. Was ist ein absolutes Logo? Man aussieht wie es würde man gerade aufstehen aus dem Bett, also so klampig oder schlafanzugmäßig. Diese offensichtlichen Markensachen. Louis Vuitton oder Gucci, wo man aber sieht, okay, die kommen vielleicht vom türkischen Bassan. Das sind total viele Logo-Prints und alles draus. Das kommt für mich dann so rüber, ja, der Typ will mit etwas prahlen, was er aber vielleicht gar nicht hat.